Hallo und herzlich willkommen bei Part 11 von Let's Play Minecraft. Ja, da wir jetzt das erste Mal in die Höhle gehen, habe ich mir ein bisschen Action- und Adventure-Musik besorgt. So Indiana Jones-mäßig natürlich. Und ja, die Musik passt, glaube ich, viel besser dazu als dieser Chess, den wir in der Oberwelt hören. Oder oben, besser gesagt. So, jetzt ist meine Maus noch irgendwie. Okay, jetzt habe ich es. Yeah, das passt auf jeden Fall besser dazu. Und da ist ein Skelett irgendwo. Ja. Hier bist du, also. So, weiter unten. Na gut, aber ich bin voll gehalt und ja. Ja. Okay, dann fliegen wir runter. So. Jetzt muss ich irgendwie runterkommen. Ja, verdammt. Du rufst natürlich wieder genau zu mir, ne? So, okay, was ist das jetzt? Jetzt geht es ja mal hier richtig tief runter und da ist schon Lava unten. Und hier ist auch Heisen. Okay, das können wir uns dann später holen. Hier beleuchten wir uns mal diesen Gang. Weil meine Fackel jetzt schon wieder, ich hoffe mal schon. So, da war dann irgendwo das Skelett unten. So, dann schauen wir, wie ich da wieder rauf. Wie ich da wieder hochkomme. Äh, Skelett. Ja, da bist du. Das gab daneben geschossen, aber ich gehe nicht runter. So, dann schauen wir, wie ich da wieder raufkomme. Okay, nicht so schlimm. Die XP-Points sind, glaube ich, verkokelt. Naja. Was soll man machen? Äh, da können wir noch eine Fackel her platzieren. Falls es den Monstern zu dunkel ist, damit sie spawnen. Das wollen wir doch nicht. Oh ja, die Musik. Ja, habe ich gut ausgewählt. Habe nur das erste Lied angehört. Und man dachte, ja, das ist super. Und dann, ja, habe ich mir eigentlich einfach die restlichen auch noch geholt. Können wir doch hier nicht jedes einzelne Lied an. So. Ja, ich habe immer so ein bisschen Schiss vor Lava. Und darum baue ich mir hier so einen Weg drumherum. So. Aber hier geht schon weiter. Gibt es überhaupt noch weiter? Ist sowieso dann Schluss aus. Hier neben mir höre ich Zombies. Ah ja, das geht schon echt schon weiter beim nächsten Lied. So, bauen wir halt uns hier hinter der Lava weiter. Denn ich höre Zombies. Ja, sehr nah. Irgendwo hier. Die Geräusche sind überall. So. Was mache ich jetzt? Hm. Ich höre nur lauter Zombies. Ah, das ist ein Obermeer. Also lasse ich den auf dem Weg da jetzt einfach. Ja, denn hier war ja nichts viel Besonderes. Also eben diese Lava und hier noch mehr Lava. Aber lasse ich es dabei. Mit dem Weg. Ja, geht da wieder rauf. Dann nehmen wir die Dings natürlich mit. Das heißen. So. Ja. Oh ja. So, dann sind wir gleich oben. Ja. 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 Okay, passt. Darum war noch noch ein Weg. So, dann schauen wir, wie es da umwärter geht. So. Zombie-mäßig, da kommt schon eins. So. Ah, da oben. Oder? Okay, das ist auch ein Loch. Hm. Ja, ich werde jetzt mal hier unten weitergehen. Hoffentlich merke ich mal dann noch, dass das Loch überhaupt da war. So. Wasser. Ich weiß nicht, wie mir das gefallen soll oder ob mir das gefallen soll. Okay. Es ist einfach sehr viel Eisen und hier geht es nach oben an die Oberfläche. Cool. Okay. Dann nehmen wir das Eisen natürlich noch mit. Ich hätte da ja eine tiefere Hölle gehofft, aber naja. Die geht hier nur an die Oberfläche und wenn wir irgendwo anders geht, kommt man wieder an die Oberfläche und so weiter. Ja, eigentlich... Ja, kacke, egal wo man hingeht, man kommt sowieso an die Oberfläche, ist ja. Aber wir können hier uns hier ein paar Pilze mitnehmen. So, wollen wir schon wieder raus? Ich glaube nicht. Nee. So, ich will doch noch schauen, was hier oben so Schönes gibt. Hm, ja, so irgendwie. Eisen. Eisen. Noch mehr Eisen. Und der Ausgang. Und da ist es weiter eine weitere Höhle. Okay. Klingt doch alles mal sehr interessant. So, tun wir mal das ganze Eisen hier. Einmal. Schauen wir mal, wie viel wir finden. Zwei, drei und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Okay. Das ist so eine Mittelzahl. Sag ich jetzt einfach mal. So. Oh. Das ist wohl besonders schlau. So. Ah ja, hier geht's auf jeden Fall runter. Aber bis jetzt ohne Monster. Ist ja fantastisch. So, hier können wir noch ein bisschen Eisen. Kohle, Kohle, Kohle. Mann. Was ich da für Kohle finde. Das ist gigantisch. Oh ja, da kommt Action-Feeling auf. Bisschen Musik. Standard-Jazz-Musik ist einfach zu... Ja, ein bisschen zu ruhig für Höhlen. So. Die ganze Action, die da unten abgeht. Oh, hier ist sowieso schon Schluss. Und keine Fackel mehr. Aber wie gesagt, hier ist sowieso schon Schluss. So. Wie viel haltet meine Spitzachsen noch aus? Nicht mehr viel. Müsst ihr gleich zerspringen. Nö, noch nicht. So, okay, passt. Wissen wir das auch jetzt, dass sie jetzt kaputt ist? Naja, sie finden ja, das sind wir ja nicht. Ich würde sagen, wir bringen unsere Vorräte jetzt erstmal nach Hause. Jetzt sehen wir uns mal an, was wir so alles gefunden haben. So. Oh, es wird ja schon wieder hell. Das ist schön. Aber ein Creeper kommt trotzdem noch. Oh. Heyo, alle brennen. So, okay, passt. Yo. Hä? Au. Ist gar nicht tot. Verdammt. Hä? Okay, irgendwie habe ich ihn gleichzeitig getötet und er ist explodiert zum gleichen Zeitpunkt. Und, ja. Ach, keine Ahnung. Oder ich habe ihn einfach abgewährt. Oder so. Habe ich so gemacht? Nein, ich glaube gar nicht. So, könnte ich eigentlich auch machen. Äh, rechte Maustaste. Hm. Na ja, es hat geläutet, aber ich will mein Essen hier noch nach Hause bringen. Da wäre ich hier in die richtige Richtung gelaufen. So. Keine Zeit mehr. Mein Part ist schon außerhalb von Kuh. Das verstehst du doch. Ich habe ein kleines Kuhgehirn. So. So. Ja, jetzt so, als müssten wir jetzt schnell nach Hause die Musik irgendwie, oder? Kommt mir so vor. Schnell! Ja, dem Sieg passt jetzt dazu, dass wir dann nach Hause laufen noch so gefährlich, als ob hinter mir irgendwas wäre, das mich auffressen wird. Und zwar die Zeit. Dann der Party stand vorbei. Die Zeit frisst mich auf. Und so. Klingt ja auch super logisch. Boah, Kohle haben wir jetzt auf jeden Fall sehr viel. So, dann braten wir das noch. Räumen unsere Sachen sicher in die Box. Davon haben wir schon von allem etwas. Die meisten Sachen. So, da wollten wir uns Fackeln machen. Die machen wir dann auch noch. So, Essen brauchen wir auch wieder mit. Da haben wir die Kohle alles weggepackt. Ja, nehmen wir auch. 32. Nehmen wir da gleich alle. Ich weiß jetzt gar nicht. Dann nehmen wir erst einmal. Ja, da geht nochmal gleich 16. Holen wir uns dann ein paar Fackeln. Räumen dort wieder da rein. Und dann. Also, jetzt habe ich da eine Fackel übrig. Ja, äh. So, okay. Ja, ja, ja. Vorübergehende Lösung für die eine Fackel. Gut, dann sind wir uns im nächsten Part. Hoffentlich wieder von Let's Play Minecraft. Danke fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag noch. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Habe ich schon gesagt. Also, schönen Tag noch. Habe ich auch schon gesagt. Okay, auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.